Könnt ihr uns hören, könnt ihr uns sehen, könnt ihr uns fühlen, mein Kraft im Fingertie? Könnt ihr uns hören, könnt ihr uns sehen, könnt ihr uns fühlen, wenn ihr wollt, könnt ihr uns sehen, könnt ihr uns sehen, könnt ihr uns sehen, wenn ihr euch seid, könnt ihr uns sehen, könnt ihr uns sehen, Ich pflanze die Rubber Saplingen mal an, aber... ...baue ich halt drumherum dann zumindest mal eine Pfanne. So weg. Das ist aus falscher Holz hier. Brauche ich das denn am besten an? Wie viel brauchen wir denn eigentlich davon? Vom Obsidian? Ja, also direkt beim Portal ist ja schon so ein Lavasee. Hier ist sogar ein Lavasee, der hat schon Obsidian. Genau, genau, wenn ihr da noch einmal... Ja, perfekt, genau. Also, ich weiß nicht... Mach ruhig ein paar mehr, weil das Portal wird ein bisschen größer, damit es oben in das... Ist ja alles schon geplant. Weißt, ist ja alles schon geplant. Ähm, das muss ein bisschen größer werden. Also nicht nur zwei, sondern ich glaube drei breit wird das. Ach... Ach, ein Zombie-Brain. Kriege ja hier nix zum Essen von Michi. Ich hab auch nix zu mir. 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 Ich hab das ganze Essen für sich. Aber ich muss jetzt gleich mal was machen. Brot. Ich muss jetzt gleich mal aktiv werden. Ich esse hier schon Zombie-Gehirne. Ja, ich weiß, was du meinst. Hm. Ja gut, der schmelzt noch, aber eigentlich... Ja, komm her. Ah. Ja, boah. Tagesziel eigentlich erfüllt. Ghostschläf. Ja, locker. So, das war das Tagesziel. Das hatte ich gar nicht mitgekriegt. Siehste. Blume weg. So. Ähm. Bist du noch drüben? Sterling. Ja, ich bin hier in meiner Hütte. Jaja. So, ich bin... Sterling. Sterling. Generator. Ach, und jetzt brauche ich... Ach, jetzt brauche ich die Dings, ja. Sonst... Ah, ja, das war das... Genau, das war das Problem, glaube ich. So. Wobei, das könnte ich natürlich... Ah, das mache ich hier hinten, oder? Mach ich das hier hinten? Was machen wir denn jetzt hier? Ich muss mal kurz wechseln. Welches Programm eignet sich denn am besten, um das abzubauen? Eigentlich mal neu geschriebenes. Du erinnerst dich, das, was ich heute gesagt hatte, ne? Ja. Dass ich selbst anschließend in eine... Truhe gepackt hat. Wie? Achso, ja. Das würden wir... Das wollen wir alle mal sehen. Hahaha. So. So. Pull... Push. Das. Was? Ach, der Behälter sogar. Ah, das ist ja gut. So. Dick. Pull. Ah, ja. Push. Ah, ja. Und da brauchen wir... Ah, okay. Der baut das so ab. So. Das passt. Das bräuchte er nur noch eine... Genau. Haben wir noch Glas? So. Was machen wir denn da? Machen wir Koppelstone. Mir geht echt jetzt der Koppelstone aus. Ich glaub's ja echt nicht. Ja. Das ist ja echt blöd. Da ist ja schon wieder kein Platz mehr. So. Dann könnten wir eigentlich mal hier ne Tür machen. Wo hab ich denn die Turtle hingeklatscht? Ah, ich muss mir echt das Zeugs bauen. Hier ist alles nix. So. Dann machen wir hier die... Redstone Engine hin. Können wir schon mal einschalten. Ah, ich will's ja echt ungerne sagen. Ich find meine Turtle nicht mehr. Ja, du, das ist ja so der Klassiker. Da hab ich eigentlich nur drauf gewartet. Eigentlich schon, ne? Ja. Aber das zeigt mir auch, dass du Spaß hast. Irgendwie weißt, wenn die Turtle ist, wenn das... Das ist eigentlich alles wunderbar. So. Da. Ich könnte natürlich auch mal ne Kiste. Ich hab so viele Kiste. Wenn du deine Turtle suchst, ist alles in grün. Ja, normalerweise ist die ja in meinem ME System. Aber ich hab noch kein ME System. Deswegen wundert's mich jetzt grad ein bisschen. Das ist wohl wichtig. Ich hab hier... Oh, ne Leiter. Ja, da könnte ich natürlich jetzt auch achten. Ja, genau. Dann bauen wir ja gleich mal. Hast du eigentlich schon nähter? Also ähm... Ganz kurz. Nicht, gell? Doch. Echt? Nein. So kenn ich dich. So, jetzt packen wir das mal da rein. Lass mal gleich mal sehen. Das hier auch. Okay. Da kommt mal Kohle rein. Oh, aber die Energie verlieren... Ah, ne. Der hat's überhalten. Genau. Was ist denn? Wolle? Auf jeden Fall weg nochmal. Wolle weiter? Oh, okay. Wolle das mal hier noch. Hm? Gibt's das denn? Ach, da sind zwei. Ah. Hm. Hm. Da. So. Guck mal, noch mal ein bisschen Holz. Du bist immer noch in der Farmwelt, ist das richtig? Ja. Ah ja, okay. Ja, wollte nur mal hören. Ja, ja. Ja. Ach, so. Jetzt hab ich mal den Eckpäck. So, jetzt nehmen wir den Druiden. Charger, dann könnten wir eigentlich... Das ist nicht der Druide, den du siehst. Die Kisten müssen wir eigentlich gar nicht aufmachen, ne? Ne? Ja, ne. Hm. Bei The Strain war mal vorhin noch. Ne, jetzt warte mal kurz. Das wird's... Hast du doch auch gesehen? Äh... Wen hab ich gesehen? The Strain hast du doch auch angefangen zu gucken. Und dann war schon relativ zeitig wieder so, oh ne, ist alles schlecht und keine Ahnung. The Strain? Ja, servus, hi! Der, ähm... Was, was? Kpwack. Uh, ja. Hm. Grüß dich! Ein klares Prost. Ja, genau. Prost! Ähm... The Strain. Und... Ich weiß nicht mehr. Hat dich damit angefangen? Oder... Ja, du hast... Du hast zumindest schon gesagt, dass es schlecht ist. Also, geh ich mal davon aus, dass du mir so ein bisschen geguckt hast. Und du hast recht, das ist eigentlich nicht wirklich gut, aber wir haben eben trotzdem eine Chance gegeben. Was war denn das? Ja, mit den Vampiren. Ähnlich mal wieder böse Vampire, nicht irgendwelche, die dem Licht glitzern und... Nein, hab ich nie gesehen. Du hast doch gesagt, dass es gefällt dir nicht. Hab ich nie gesehen. Aber das ist der Ghost? Nee. Der Ghost hat das... Der Ghost hat das super. Nein. Ja klar, der Ghost hat das total gefeiert. Ach, Schmarrn. Achso, das können wir noch nicht machen. Äh, haben wir eigentlich schon das Portal? Nein, es ist gar nicht so. Arschdunkel. Oh Gott, wie Gott, wie Gott. Ah, fuck! Wir haben das schon und... Jetzt wäre ich fast explodiert wegen dir. Ja. Das ist natürlich auch blöd. Ich sollte hier mal wirklich den Boden, glaub ich, machen, wenn ich nicht so ein Loch falle. Ich sag, das Problem ist, dass ich jetzt hier nur diese, diese blöden Redwood Planks habe. Die eigentlich hier zum Baum an sich passen sollten, aber sie schauen irgendwie echt scheiße aus. Das war... Aber ich verstehe es auch echt nicht, warum die so... so hell sind. Das passt so überhaupt nicht zu diesem Baum. Kann ich aus Lava Kisten machen? Auch nicht. Da kannst du echt gar nichts draus machen. Aber dieses Zeug kannst du nur verbrennen. Aus Lava willst du Kisten machen? Aus Rubberwood. Aus Rubberwood? Ja, ne. Rubberwood ist ziemlich nutzlos. Kann halt irgendwelchen, was weiß ich, aber das Holz schaut auch nicht so gut aus. Ne, ne? Ne, eigentlich, das ist halt... Du kannst es, du kannst es auspressen, meine ich noch, ne? Da gibt es noch so eine Presse und dann kommt noch mal Rubber raus. Oh, cool. Hm. Ach, der Block muss auch weg. Ach, jetzt sieht man da die, die... Hm, sieht man die da so. Das ist natürlich nicht so cool. Vielleicht doch da dahinter. Ja, mal schauen. Brauchen wir Zombieheads? Noch nicht, oder? Hm, ja, kannst du mal so... Wenn dir... Wenn dir Inventar voll ist, würde ich es weg. Aber verdammt! Ja! Das ist halt das. Scheiße. ich habe gerade einen trashcan gebaut und habe meine ganzen zieht rein gedauert wer braucht schon zieht ja sie sind gerade weil ich habe ich schon wieder hunger übrigens habe ich schon gesagt ja ich wollte ja eigentlich was anbauen so jetzt ist hier drüben hell ich hole mal obsidian ja du hast noch nicht mal kohle aber baust eine trashcan was ist da los das ist auch irgendwie falsche prioritäten gesetzt naja aber hallo selbst glaube ich aber schon das kann ich eigentlich mal weil hier unten soll ja eigentlich aber das mache ich jetzt nicht hier ich weiß auch gar nicht wie weit ich da runter muss soweit eigentlich nicht nur weil hier unten soll der reaktor hin ja toll das soll ich in keller runter da kommt man noch raus genau da kommt hier nicht so eine falltür hin für mich du hast zurück nein quatsch ich will so eine falltür dass man jetzt ist der boden hier so ein bisschen abgedeckt ist was jetzt obsidian abgebaut was der trashcan läuft läuft ja so viel brauchen wir ja auch nicht ja wir gucken wie viel hat sie denn schon ist jetzt fertig ich komm mal rüber brauchst du irgendwas das von irgendwas gemurmelt dass irgendwas brauchst außer essen habe ich so richtig ein verständnis für diese welt also mal kurz in der kiste gucken hab ich leider nichts mehr übrig mich ich habe ich habe echt nichts für dich übrig ich könnte eine chest mitbringen nein jetzt ohne schmarrn brauchst du irgendwas ein verständnis für diese welt dann komm mal raus aus der welt wir brauchen jetzt das obsidian auch in der anderen welt der hat der ich weiß nicht wenn die welt nicht scheint das zeug zu verbrennen oder so also der baut die nicht ab was denn was denn was sollte ich denn abbauen grüne wurzeln nee braucht keine grünen wurzeln wie war sie haben der ganze aber das muss doch das geht freilich geht es eigentlich ich komme darüber ich mache jetzt erst mal mehr wasser ich erkläre ich erkläre jetzt doch mal wie das mit den törteln funktioniert ich nehme da eigentlich gern dann auch dieses wie heißt es ein tunnel ich nehme mal tunnel und sage im bauenden tunnel legen wie fünf nach vorne ja dann greift er natürlich auch in der luft rum aber er macht aber er macht auch die du läufst hier direkt mich ist viel zu weit weg ja hier ist doch genug das ist doch genug schau natürlich falsch müsste es nur einer abbauen und das ist er kohle habe ich nicht dabei dann extra noch gefragt was du brauchst aber ich finde es gut dass hier aber gut ist ganz ehrlich weil drüben ist echt nix okay ich bin schon eine ganze weile rumgelaufen dann nehme ich jetzt auch ein paar setzen mit einzufällig einen einen grad gefunden ja hier sind ein paar wo sind hier ein paar ja ich habe hier schon drei abgebaut also ich hatte mir hier so stein ding gebastelt und der eine ist schon wieder nachgewachsen können wir schon mal wieder abbauen beziehungsweise das können wir jetzt mal gucken ob die turtle stein ding ach scheiße wie schmeißt das aus fehler im programm erklärt so einiges aber okay jetzt habe ich halt ich habe schon wieder kein obsidian auf mich der fehler sitzt vor der turtle kennst du den spruch kenn ich nicht ich nehme keine obsidian an dieser welt auf ja dann nimmst du lass doch die turtle aufnehmen ich habe das in der ich habe ich habe doch in der lokalen test vielleicht ist doch schon ausprobiert ja dann sieht es abbaust die törte baut es nicht haben sie baut es ab sich meistens raus kannst du nicht aufnehmen vielleicht ist ein inventar voll ich komme gleich mal rüber das sagst du jetzt auch schon seit 20 minuten ich stehe doch hier schon neben der ich bin ich habe es ja dachte ich sich auch ein paar blueberry wasches ich nehme alles auf ich nehme wirklich alles auf was die abbaust oxidiert hat keiner kommen ich komme rüber so ich gebe es jetzt die toll großen die tappel es ist meine tört und was hast du hier gebaut hast du steine außenrum das habe ich dir gerade erzählt dann hast du gemeint hast ja steine und und hast hier sapling aber warum hast du nicht erklärt nicht damit sie wieder finden würde es ein das würde auch ein ein würde sein baumhaus eine baumfarm okay aber wieso ist das so ding ja die turtle ist weg hier ist meine törte ja ich habe noch keine ich habe noch keine der meiste zu leben gibt ihr doch nicht meine turtle wie viel obsidian hast du denn jetzt nicht ja was passiert wenn die wenn die turtle das abbaut schmeißt die das raus oder was die lehrt anschließend ihr inventar und man sieht auch wie sie es raus schmeißt man sieht wie es wahrscheinlich ist die ganzen kisten voll mit obsidian ich habe nichts aufgenommen ich habe ich habe da drüben hat die irgendwie drei erde abgebaut die habe ich gekriegt da kann man jetzt zu ja da muss ich jetzt echt eine eigene törtel bauen stelle ich da noch mal hin kommen wir uns schon wieder viel hier ist halt schon wieder sagt dunkel aber ich habe glaube ich ein string ja ich muss mal kurz wasser machen wir das ding immer leer hier mit dem stein schwert immer noch unterwegs und trotzdem haben die vier keine chance wo dann zwei zombies in einem da kommt auch schon wieder einer mit den roten augen die sind nicht gut oh ja das ist wirklich angry hast du recht ich weiß wofür sie ja nein das ist mir noch nicht so aufgefallen was hast du da für komisches wasser das siehst du auch dass das grün ist dann wasser hier oder ich sehe zurzeit nichts außer schwarz ja wenn er meint es auch so und es ist zu dunkel wahrscheinlich deswegen ich dachte jetzt gerade komisch ja genau und jetzt hätte ich jetzt die genau die turtle quasi ich hätte jetzt dahin gesetzt zum beispiel 1 tv oder und da kommt werden zu